Der Chord Lokumela aus Namibia begeisterte die Kinder im Kindergarten Lütjehus in Edewecht mit einem Workshop. Die Kinder erfuhren eine Menge über die Sprache der Gäste aus Afrika. Die enthält besonders viele Klick- und Schnalzlaute. Diese versuchten die Kinder und Mädchen im Workshop mit großem Engagement nachzuahmen. Besonderen Spaß machte den Jungen und Mädchen der Tanz, der fest mit der Musik des Chores verknüpft ist, anders als bei den meisten europäischen Chören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017